Hallo ihr Lieben, heute mal live vor der Kamera und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn ich möchte mich bei euch für ein Jahr Unterstützung hier im Kanal und auch in meinem Blog bedanken. Genau vor einem Jahr fing ich an mit diesem Rezept hier, das war der Mandarinenkäsekuchen mit Beta-Decke und dann ging es mit vielen, vielen Projekten weiter. Jetzt zum Beispiel aktuell war das Zeitraffer-Video vom Chili-Pflanzen, das eigentlich sehr gut angekommen ist. Auch meine anderen Videos, zum Beispiel mit dem Basteln mit Kastanien oder das Selbermachen von Leberwurst kam sehr gut an. Und ich möchte mich wie gesagt bei euch dafür bedanken, auch für die Unterstützung, für die vielen Abonnenten und für die netten Kommentare, die im Laufe der Zeit eingegangen sind. Wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr mir ja jetzt auch wieder einen Kommentar da lassen und auch vielleicht Wünsche äußern, was ihr gerne sehen möchtet. In diesem Jahr sind einige Gartenvideos mehr geplant, einige Videos mit Selbstbauprojekten, die ich so angehen will, aber dazu möchte ich jetzt hier noch nichts verraten. Und natürlich auch unsere Rezepte gehen weiter. Ja, lasst euch einfach überraschen, schreibt mir einen netten Kommentar, das freut mich immer. Teilt mir eure Wünsche und Anregungen mit und ich denke, wir werden uns bei den nächsten Videos vielleicht wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.